6,91 666666666780 Sri Lanka Bis 1972 Ceylon ist ein Inselstaat im Indischen Ozean, 237 Kilometer östlich der Südspitze des indischen Subkontinents, und zählt 20,3 Millionen Einwohner. Die kürzeste Entfernung zwischen Indien und Sri Lanka beträgt 54,8 Kilometer. Durch ihre Lage bildete die Insel von der Antike bis zur Moderne einen strategischen Knotenpunkt für die Seefahrt zwischen Vorder- und Südostasien, der Süden und die Gebiete um Anuradapura waren Zentren des antiken Buddhismus, wohingegen im Norden und Osten hinduistische Tempelkomplexe existierten. Heute ist das Land eine multireligiöse und multiethnische Nation, in der neben dem Buddhismus und dem Hinduismus, das Christentum und der Islam bedeutende Religionen sind. Die Singalesen machen den größten Teil der Bevölkerung aus. Die Tamilen stellen die größte Minderheit. Andere ethnische Minderheiten sind die Moors, Malayen, Burkha und die sri-lankischen Ureinwohner, die Vedas. Sri Lanka ist bekannt für die Produktion und den Export von Tee, Kaffee, Kautschuk und Kokosnüssen. Die Insel ist aufgrund ihrer landschaftlichen Schönheit und ihres reichen Kulturerbes ein beliebtes Touristenziel. Sri Lanka wurde über zwei Jahrtausende von verschiedenen lokalen Königreichen regiert bis im 16. Jahrhundert große Teile der Insel von den Portugiesen und danach von den Niederländern kolonisiert worden. Nur das Königreich Kendi im Hochland der Insel konnte sich gegen die Kolonisatoren behaupten. 1815 jedoch wurde schließlich das ganze Land Teil des britischen Weltreichs. Während des Zweiten Weltkriegs diente Sri Lanka den Alliierten als eine strategisch wichtige Basis im Kampf gegen das japanische Kaiserreich. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gab es immer stärker werdende Unabhängigkeitsbestrebungen. Im Jahr 1948 wurde Sri Lanka nach friedlichen Verhandlungen von den Briten unabhängig. Im Gegensatz zu den meisten Staaten der Dritten Welt besteht seit der Unabhängigkeit ein stabiles demokratisches System, das allerdings durch die Gegensätze zwischen der singalesischen Bevölkerungsmehrheit und der tamilischen Minderheit belastet war und immer noch ist. Zwischen 1983 und 2009 herrschte ein offener Bürgerkrieg zwischen tamilischen Separatisten und der von Singalesen dominierten Zentralregierung, der zahlreiche Todesopfer vor allem aus der Zivilbevölkerung forderte. Die Menschenrechtsverbrechen des Bürgerkrieges sind bis heute nicht unabhängig aufgearbeitet. Zwischen 2004 und 2015 war Mahinda Rajapaksa Präsident des Landes und regierte das Land mit autoritärem Gestus. Seit Januar 2015 ist Maitri Palasirisena Präsident, der eine Abkehr vom Autoritarismus versprochen hat. Name In Vedischer Zeit hieß die Insel Lamka, Lanketwipa, Lakdiva und Lake Pima. In Pali wurde sie auch Sihala genannt, zur Zeit des indischen Maurya-Reiches unter Ashoka Temrepani. Beim griechischen Geografen Petolemius heißt sie Tapoben. Zur Gupta-Zeit und zur Zeit des indischen Großkönigs Hashavadana wurde sie Singhala genannt, im Spätmittelalter Silan und Surandi, was die alte persische Bezeichnung für die Insel ist. Die Portugiesen nannten die Insel Zulau, Niederländer und Briten Ceylon, mit dem Inkrafttreten der neuen Verfassung am 22. Mai 1972 wurde der Staat in Sri Lanka umbemant. Das ist Sanskrit für ehrenwerte Insel. Die Insel heißt auf Sinhala, auf Tamil. Die Einwohner der Insel werden im deutschen Sri Lanka bzw. Sri LankaInnen genannt. Viele staatliche Institutionen behielten auch nach der Umnennung den alten Namen Ceylon als Namensbestandteil. Am 1. Januar 2011 verkündete die sirilankische Regierung ihre Absicht, diese Namen konsequent nach Sri Lanka zu ändern. Geschichte und Kultur Es gibt wenig fundiertes Wissen über die Herkunft der indigenen Bevölkerung Sri Lankas. Ob die auf ein Alter von 12.000 Jahren datierten, als Homo sapiens balangodenses bezeichneten Fossilien zum Kreis ihrer Vorfahren gehören, ist ungeklärt. Meist werden Sagen und Legenden als Quelle für Informationen über die indigene Bevölkerung der Insel herangezogen. So spielen Teile des hinduistischen Epos Ramayana auf Sri Lanka. Als Hauptquellen werden jedoch das Mahabharata und das Mahavamsa angesehen. Laut diesen Schriften bilden die Nagas und die Yakas die indigene Bevölkerung Sri Lankas. Die Nachfahren der sogenannten Yakas, die Vedas, leben noch heute auf Sri Lanka. Durch die Rodung des Dschungels und die Umwandlung in Ackerland wurde ihr Lebensraum schon früh zerstört. Sie wurden in Dörfer umgesiedelt, wo sie sich mit Singalesen und Tamilen vermischten. Noch kritischer wurde es für die indigene Bevölkerung im 20. Jahrhundert, als sie durch Siedlungsprojekte immer mehr aus ihren angestammten Lebensräumen vertrieben wurde. Heute leben nur noch wenige von ihnen ganz nach ihren Traditionen. Man schätzt, dass es noch ca. 600 Vedas gibt, womit sie eine deutliche Minderheit der Landesbevölkerung bilden und vom Aussterben bedroht sind. Somit droht den Vedas das Schicksal aller indigenen Völker. Sie werden aufgrund von Assimilation ihre eigenständige Kultur und Sprache in absehbarer Zeit verlieren. Um 500 v. c. h. r. kamen nordindische Siedler die späteren Singalesen nach Sri Lanka. Die induarischen Einwanderer nannten sich Simhavamsa. Deshalb wurde der Löwe zum Nationalsymbol der Singalesen. Viyaja war der mythische Stammesvater der Singalesen und der erste König Sri Lankas. Er soll im 6. Jahrhundert v. c. h. r. mit seinem Gefolge aus dem Königreich Vanga im Nordosten Indiens nach Sri Lanka verbannt worden sein. Sprachgeschichtliche Fakten legen aber eine Herkunft der ersten induarischen Siedler aus Nordwestindien nahe. Um 247 v. c. h. r. machten Mahinda und seine Schwester Sanghameta von ihrem Vater dem Maurya Kaiser Ashoka nach Sri Lanka entsandt. Dort den Buddhismus in Form der Theravada Tradition bekannt. Auf dem Missakarberg etwa 7 km östlich von Anuradhapura entstand Mainthale eines der ersten buddhistischen Klöster. Seit etwa 200 v. c. h. r. war der Buddhismus die Staatsreligion des Königreichs von Anuradhapura. Mittelalter vom 6. Jahrhundert v. c. h. r. bis ins 11. Jahrhundert n. c. h. r. war die Hauptstadt des singalesischen Königreichs Anuradhapura. Bis zum 14. Jahrhundert wechselte die Hauptstadt mehrfach unter anderem waren es Pulon Aruwa und Sigiriya. Spätestens seit dem 13. Jahrhundert gab es ein tamilisches Königreich mit der Hauptstadt Jaffna. Diese Königreiche standen immer wieder unter dem Druck des benachbarten Südindien. Die Kola-Dynastie beherrschte im 11. Jahrhundert für einige Jahrzehnte die gesamte Insel. In der Folgezeit entwickelten sich mehrere regionale Königreiche. Das bedeutendste war das Königreich von Kotte. Im 1. Jahrtausend n. c. h. r. begann auch der Handel und kulturelle Austausch mit anderen großen Reichen der Welt wie etwa dem Römischen Reich und China. Die Seidenstraße entwickelte sich zu einer wichtigen Handelsroute für die sri-lankischen Königreiche. Über sie erreichte auch der chinesische Pilgermönch Faxian um 414 n. c. h. r. die Insel. Im Jahr 1284 entsandte das Yuanreich unter Kublai Khan eine Expedition nach Sri Lanka, um die Zahnreliquie von Buddha in ihren Besitz zu bringen, kehrte aber ohne Erfolg nach China zurück. Später im Jahr 1410 Elftel keimte aufgrund von Piraterie und abermals wegen der Zahnreliquie ein Konflikt zwischen der Ming-Dynastie und dem Königreich. Kotte auf. Der chinesische Admiral Zheng Hai brach mit 2000 Mann in die Hauptstadt von Kotte ein, nahm den damals herrschenden König Vira Alex Vara in Gefangenschaft und brachte ihn nach China. Der König wurde später wieder freigelassen, hatte aber aufgrund des verlorenen Ansehens seine Macht verloren. Um 1414 erreichte abermals eine chinesische Delegation Kotte, um einem neuen von den Chinesen favorisierten König zur Macht zu verhelfen, der die Interessen der Ming-Dynastie an dem strategisch wichtigen Handelsknotenpunkt vertreten würde. Inzwischen hatte jedoch der spätere König Paragrama Bahu IV. beinahe die gesamte Insel vereint und konnte 1415 selbst den Thron von Kotte besteigen und die Chinesen vertreiben. Kolonialzeit In der Neuzeit verlor das Land teilweise seine Eigenständigkeit und wurde mehrfach von europäischen Kolonialmächten in Besitz genommen, die allerdings nur die Küstenlebenen beherrschten. Im Hochland konnte sich zunächst das Königreich Kendi behaupten. Zunächst eroberte Portugal im Jahr 1518 die Küstenregionen der Insel. Nachdem Colombo bereits zwei Jahre zuvor niederländisch geworden war, fiel im Jahr 1658 auch der restliche portugiesische Teil der Insel an die niederländische Ostindien-Kompanie. Im Jahr 1796 begann die britische Herrschaft über Ceylon und 1803 erhielt es den Status einer Kronkolonie. Hauptartikel Nachdem im Jahr 1815 Dekasekund den Königreich Kendi erobert, der letzte sri-lankische König Vikramarajasin ja verhaftet und nach Indien verbracht worden war und mehrere Aufstände niedergeschlagen worden waren, wurde die gesamte Insel im Jahr 1818 endgültig britisch. Danach wurde insbesondere die Infrastruktur ausgebaut und der Anbau von Kaffee in Plantagen gefördert. Ab 1840 wurden indische Tamilen zur Arbeit auf den Plantagen im Hochland angeworben. Seit 1860 lösten Teeplantagen den Anbau von Kaffee ab. Während des Ersten Weltkriegs kamen erste nationale Bewegungen auf. Die im Jahr 1917 gegründete Ceylon-Reform liegt, die zwei Jahre später in dem Ceylon-Nationalkongress aufging, konnte eine Verfassungsreform durchsetzen, bei der 19 von 27 Mitgliedern der gesetzgebenden Versammlung gewählt werden sollten. Allerdings zerbrach diese Nationalbewegung aufgrund von Streitigkeiten zwischen Singalesen und Tamilen. Auch nach der Donnerfmoor-Kommission kam es zu keiner wirklichen Mitbestimmung der einheimischen Bevölkerung in der Regierung. Zwar wurden sieben der zehn Minister gewählt, doch die drei wichtigsten Ministerposten wurden weiterhin vom britischen Gouverneur vergeben. Im Juni 1947 wurde Ceylon britisches Dominion am 4. Februar 1948 schließlich unabhängig innerhalb des britischen Commonwealth. Am 22. Mai 1972 wurde Ceylon eine Republik mit dem Namen Sri Lanka, Präsidentin Chandrika Kumaratung Ahlöste am 7. Februar 2004 das Parlament auf und ordnete Neuwahlen für den 2. April an, aus denen sie als Siegerin hervorging. Erstmals kandidierten einige buddhistische Mönche bei den Parlamentswahlen und gewannen neun Sitze für ihre Partei. Mit ihrer Verfassungsklage verhinderten sie eine längere Amtszeit der Präsidentin. Am 26. Dezember 2004 traf eine verheerende Naturkatastrophe Sri Lanka. Ein Tsunami, ausgelöst durch das Seebeben im Indischen Ozean 2004, zerstörte große Teile der Ost- und Südküste sowie der Westküste südlich von Kolombo und riss. Über 45.000 Menschen in den Tod. Am 17. November 2005 wurde Mahinda Rajapaksa von der Sri Lanka Freedom Party mit 50,33% der Stimmen zum Präsidenten gewählt. Die Wahlbeteiligung in den tamilischen Gebieten betrug nach Schätzungen nur 1%. Rajapaksa wurde am 26. Januar 2010 nach einer vorgezogenen Wahl mit 57,88% der Stimmen für weitere 6 Jahre im Amt bestätigt. Sarath von Sicker, der Oppositionsführer und Gegenkandidat, erhielt etwa 40% der Stimmen. Dieser kündigte zwei Tage nach der Wahl an, das Wahlergebnis anfechten zu lassen und äußerte sich besorgt über seine Sicherheitslage. Am 8. Februar 2010 wurde Sarath von Sicker von der Regierung festgenommen. Ein Regierungssprecher erklärte, dass von Sicker wegen Verschwörung gegen die Regierung vor ein Militärtribunal gestellt werde. Die Regierung warf von Sicker vor einen Putsch gegen sie geplant zu haben. Die Opposition warfe der Regierung dagegen vor eine Beteiligung von Sickers an den bevorstehenden Parlamentswahlen verhindern zu wollen. Sarath von Sicker, dem als früheren Almeerführer Kriegsverbrechen gegen die Tamilen vorgeworfen wurden, kündigte an, den internationalen Tribunalen Informationen über Kriegsverbrechen im 25-jährigen Bürgerkrieg auszuhändigen. Die Parlamentswahl am 8. April 2010 wurde mit deutlicher Mehrheit von Rajapaksas United People's Freedom Alliance gewonnen. Am 21. April 2010 wurde D. M. J. Ratner als neuer Premierminister im Parlament vereidigt. Im Oktober 2014 etwa anderthalb Jahre vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit kündigte Rajapaksa überraschend die Abhaltung von Neuwahlen im Januar 2015 an. Auf sein Betreiben hin war zuvor die Verfassung geändert worden, um ihm eine Kandidatur für eine dritte Amtsperiode zu ermöglichen, was zuvor nicht möglich gewesen war. Überraschenderweise ließ sich danach sein Parteikollege Maitri Palasi Riesena zum Spitzenkandidaten der Opposition ausrufen und gewann die Präsidentschaftswahl am 8. Januar 2015. Ethnischer Konflikt Seit über 2000 Jahren leben Singalesen und Tamilen auf Sri Lanka. Bei den Tamilen auf Sri Lanka wird zwischen indischen Tamilen und Sri Lanka-Tamilen unterschieden. Die indischen Tamilen sind diejenigen Tamilen, die während der englischen Kolonialzeit aus Südindien als Plantagenarbeiter nach Sri Lanka gebracht wurden. Sie sind in den zentralen Gebirgen Sri Lankas angesiedelt, während die einheimischen Tamilen in den nordöstlichen Küstengebieten leben. Häufig verwechselt man die Geschichte der indischen Tamilen mit derjenigen der einheimischen Tamilen, was zu dem gelegentlich geäußerten Irrtum führt. Tamilen seien erst ab dem 19. Jahrhundert nach Sri Lanka eingewandert. Der Bürgerkrieg wurde zwischen den Singalesen und den einheimischen Tamilen ausgetragen. Das hauptsächliche Konfliktpotenzial zwischen Singalesen und Tamilen stammt aus der Kolonialzeit. Damals wurden die Tamilen als mehrheitlich schriftkundige Bevölkerungsgruppe bevorzugt als Verwaltungsbeamte herangezogen und deshalb von den Singalesen mit der Kolonialmacht identifiziert. Mit der Unabhängigkeit wollten nationalistische Singalesen diesen Machtvorsprung der Tamilen beseitigen. Hamel sollte ebenso wie Englisch aus den Amtsstuben und dem öffentlichen Leben verbannt werden. Sinhala sollte die allgemeine Sprache sein. Für die Mehrheit der Tamilen, die es zum großen Teil nicht beherrschte, war das weder praktikabel noch akzeptabel. Es kam im Tamilengebiet zu bewaffneten Protesten und zur Bildung politischer Bewegungen mit einem Spektrum von Zielen zwischen föderalen, Gebietslösungen, Separationsbestrebungen und Anschlussbestrebungen an Indien. Unabhängigkeit Kurz vor der Unabhängigkeit 1948 hatten die Tamilen einen verfassungsmäßigen Minderheitenschutz mit der Garantie für die Erhaltung ihrer Menschenrechte verlangt. G.G. Ponambalam, der Führer des Tamil Kongress, hatte von der britischen Soiburi-Kommission, welche für die Leitung des Unabhängigkeitsprozesses Sri Lankas verantwortlich war, ein Gleichwahlrecht für die Tamilen gefordert. Laut diesem Wahlrecht sollten die Tamilen trotz ihres relativ geringen Anteils an der Gesamtbevölkerung als gleich stark vertretene Stimme angesehen werden. Diese Forderung blieb jedoch erfolglos und die Briten verließen die Insel, während die politische Macht an die United National Party ging. Zum Gründungszeitpunkt bestand die Koalition aus singalesischen, tamilischen und muslimischen Parteien. So waren mit G.G. Ponambalam und C. Sanderling kam zwei tamilische Minister im Kabinett. Der Wahlsieg der Sri Lanka-Friedenparty 1956, die mit patriotischen Parolen geworben hatte, führte zu einer prosingalesischen Politik. Die Bevorzugung der tamilischen Bevölkerungsminderheit während der Kolonialzeit hinsichtlich Bildung und Profession wurde von der singalesischen Mehrheit als soziale Ungerechtigkeit angesehen. Ziel der Regierung war es, die überproportionale Vertretung tamilischer Minderheiten in Verwaltungs-, Bildungs- und Wirtschaftsbereichen zu reduzieren und an die aktuelle Demografie-Situation anzupassen. Dies führte zur Bevorzugung der singalesischen Sprache und des Buddhismus und zu einer Quotenregelung auf Basis der regionalen Zugehörigkeit für die Universitätszulassungen. Diese Entwicklung wurde von der tamilischen Minderheit als künftige Bedrohung betrachtet. Die sri-lankische Bevölkerungsexplosion und Jugendarbeitslosigkeit von Tamilen und Singalesen erschwerte die politische Situation, da die Regierungen nach der Unabhängigkeit keine konkreten Maßnahmen zur Minderung der Jugendarbeitslosigkeit anbieten konnten. Daraus resultierte der marxistische Aufstand eines Teils der singalesischen Jugend im Jahr 1971. Gleichzeitig entwickelte sich eine Tendenz eines Teils der tamilischen Jugend zum bewaffneten Aufstand unterstützt durch marxistische Ideologie. 1970 schlossen sich mehrere tamilische Parteien zur Tamil-United-Liberation-Front zusammen, die einen eigenen tamilen Staat im Norden und Osten der Insel fordert. Am Ende der Regierungszeit der SLFP unter Sirimavo Bandaran Eike war der Konflikt vorübergehend beruhigt. Trotz dieser Annäherungen gab es weiterhin Konflikte zwischen beiden Ethnien. Radikale tamilische Gruppierungen bestanden noch immer auf einer Separation. B. Alfredo Raiapa oder Amur Zelling am Führer der TULFR Morden ließ. Später wurden der LTTE auch ethnische Säuberungen in Jafna und Massenmord an singalesischen Farmern vorgeworfen. Die United National Party, bestehend aus Singalesen, Tamilen und Muslimen, siegte 1977 mit Verfassungseinander-Mehrheit unter Junius Richard Jayavane. Er verweigerte den tamilischen Abgeordneten ihre quotenmäßig garantierten Parlamentssitze unter dem generalisierten Vorwurf des Separatismus und, erklärte sie sämtlich zu Staatsfeinden. Ferner veränderte er die Verfassung und setzte sich an die Spitze eines Präsidialsystems nach französischem Vorbild. J.R. Jayavane war im Vergleich zu seinen Nachfolgern relativ erfolgreich, weil er von außen die Unterstützung der westlichen Mächte und im Innern die der Minderheiten der Tamilen, Muslimen und Christen bekam. Hauptartikel Durch Jayavanes Politik eskalierte der Konflikt zwischen Tamilen und Singalesen ab 1983. Die radikalen Liberation Tigers of Tamil Elam, die den unabhängigen Tamilen-Staat fordern, erhielten starken Zulauf. 1986 eroberten die Milizen der LTTE die fast ausschließlich von Tamilen bewohnte Javna-Halbinsel und weite Teile der Nordzentral- und der Ostprovinzen, die hauptsächlichen Siedlungsgebiete der Tamilen. Die Entsendung indischer Friedenstruppen unter Zustimmung der Regierung Sri Lankas im Juni 1987 stieß auf Ablehnung der LTTE, wodurch die Kämpfe sich ausweiteten. Durch häufiges Fehlverhalten machten sich die indischen Truppen zudem bei beiden Konfliktparteien unbeliebt, so dass es sogar zur Zusammenarbeit zwischen der sri-lankischen Regierung und den Rebellen kam, um die Friedenstruppe zu vertreiben. Nach zwei Jahren zogen sich die indischen Truppen zurück, ohne dass der Konflikt gelöst worden war. Mitte der 1990er Jahre eskalierten die Auseinandersetzungen zwischen Singalesen und Tamilen erneut, als Regierungsstruppen im Dezember 1995 die Javna-Halbinsel zurückeroberten. Im November 1999 lassierten die Liberation Tigers eine Großoffensive im zentralen Norden des Landes, ehe im Februar 2002 ein Waffenstillstand zwischen der sri-lankischen Regierung und den tamilischen Rebellen geschlossen wurde. Dem folgten Friedensverhandlungen zwischen Singalesen und Tamilen in Genf, die aber im Februar 2006 scheiterten. Durch ihr brutales Vorgehen, zum Beispiel den Einsatz von Selbstmordkommandos, haben sich die LTTE viele ausländische Sympathien verspielt und werden von der EU und den USA mittlerweile als terroristische Vereinigung angesehen. Am 12. August 2005 wurde Außenminister Lakshmen Kadeh Garmaya ermordet. Ein politischer Hintergrund ist anzunehmen, die Täterschaft ist jedoch nicht geklärt. Die LTTE bestreitet, den Anschlag verübt zu haben. Anfang August 2006 flüchteten nach Schätzungen des Roten Kreuzes 6.000 bis 7.000 Familien aus der überwiegend von Muslimen bewohnten Stadt Mutur, in der der Bürgerkrieg wieder aufflammte. Im August verschärften sich die Gefechte massiv. Alleine am 12. August wurden weit über 200 Menschen getötet, darunter ein ranghoher Vermittler im Friedensprozess. Auch im August war der Zugang zur Krisenregion durch ausländische Helfer erschwert, Lebensmittel waren knapp. Im März 2007 stand Sri Lanka kurz vor einem Kriegsausbruch, nachdem die Armee im Januar eine Großoffensive gegen die LTTE startete. Etwa 150.000 Menschen flüchteten. Am 2. November 2007 kam der Chef des politischen Flügels und Verhandlungsführer der LTTE, P. Tamil Silvan, bei einem Luftschlag der sri-lankischen Luftwaffe ums Leben, was einen weiteren Rückschlag für die Friedensverhandlungen bedeutete. Das Waffenstillstandsabkommen zwischen der LTTE und der Regierung wurde am 2. Januar 2008 von der Regierung aufgekündigt. Wenige Stunden vor Ablauf des mit einer zweiwöchigen Kündigungsfrist versehenen Abkommens kam es in der Nähe des südöstlich gelegenen Ortes Botula, zu einem Sprengstoffanschlag auf einen Bus, bei dem mindestens 22 Menschen starben. Als Urheber wird die LTTE vermutet. Erst am 1. Januar 2009 nahm die Armee Sri Lankas die LTTE-Hochburg im Norden nach einer Offensive ein. Am 25. Januar 2009 wurde Malay Tiwil von der sri-lankischen Armee eingenommen. Die LTTE verlor damit die letzte noch von ihr kontrollierte Stadt. Im Kampfgebiet waren nach Angaben der Vereinten Nationen rund 250.000 Zivilisten eingeschlossen. Im Mai konnte das Militär auch den letzten von der LTTE kontrollierten Küstenstreifen einnehmen. Der Machtbereich der LTTE konzentrierte sich nur noch auf eine wenige Quadratkilometer große Region im Nordosten der Insel. Die Kämpfe zwischen der LTTE und der sri-lankischen Armee forderten im Frühjahr 2009 Tausende von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung. Bis zu 200.000 Menschen mussten die von den Rebellen gehaltene Region verlassen und konnten nur unzureichend versorgt werden. Angesicht der humanitären Situation hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 13. Mai 2009 erstmals eine offizielle Stellungnahme zum Bürgerkrieg in Sri Lanka formuliert und die Konfliktparteien aufgefordert, sich für die Sicherheit der noch eingeschlossenen Bevölkerung einzusetzen und die Flüchtlinge zu versorgen. Angesichts der Geländegewinne im Mai 2009 erklärte der sri-lankische Präsident Mahinda Rajapaksa am 16. Mai 2009 die LTTE für besiegt und den Bürgerkrieg für beendet. Über die Website Temilnet erklärte die LTTE die Waffen ruhen zu lassen, um die Zivilbevölkerung nicht weiter zu gefährden. Nach bestätigten Angaben der Armee Sri Lankas wurde Veluplei Prabhakaran wie auch die gesamte Führungselite der LTTE bei der Flucht vor Regierungsstruppen am 18. Mai 2009 von einer Sondereinheit erschossen.